Wir sehen hier eine Wahrheitstafel und ich möchte kurz zeigen, wie man aus den Funktionswerten dieser Wahrheitstafel einen aussagenlogischen Term in KNF bildet. Man schaut sich dazu diese beiden Zeilen an, und zwar, weil in diesen beiden Zeilen der Funktionswert gleich 0 ist. Wir fangen mit der oberen der beiden Zeilen an und die Frage ist, was muss ich mit meinen Werten für a, b und c machen, damit auch dieser Funktionswert 0 dabei herauskommt. Bei meinem a sehen wir, da steht eine 1, also muss ich den negieren, damit der zu 0 wird. Bei meinem b sehen wir schon eine 0, also kann das b so bleiben, wie es ist. Auch bei dem c sehen wir eine 0 und das c kann dementsprechend auch so bleiben. Und diese drei Werte, die ich jetzt hingeschrieben habe, die müssen durch eine Disjunktion verbunden werden. Eine Disjunktion ist das logische oder, also haben wir nicht a oder b oder c. Aus der nächsten Zeile hier werden wir das gleiche machen. Also ich frage mich auch wieder, was mache ich mit a, b und c, damit ich hier den Wert 0 dabei herausbekomme. Bei meinem a habe ich eine 1, also brauche ich eine Negation, nicht a. Bei meinem b habe ich eine 1, also brauche ich eine Negation, nicht b. Bei meinem c habe ich eine 0, das kann auch c bleiben. Und ich muss wieder eine Disjunktion dazwischen malen, also ein oder, nicht a oder nicht b oder c. Und jetzt muss ich die Terme, die ich erhalten habe aus den beiden Zeilen, noch durch eine Konjunktion verbinden. Ich erhalte insgesamt also nicht a oder b oder c. Klammern sind wichtig. Jetzt kommt die Konjunktion, das ist das logische und. Und der zweite Term auch wieder in Klammern, nicht a oder nicht b oder c. Das Ganze in Klammern und schon sind wir fertig.